Hallo meine lieben Freunde, heute stelle ich euch den Single Justin vor. Hallo liebe Frauen, ja ich suche eine Frau für mich, ich bin der Justin. Ich bin zwar ein bisschen bekloppt, ne, ich bin Metal-Fan, wie ihr sehen könnt, das muss sein, ne. Wenn der Musikgeschmack nicht passt, braucht man es mit dem Ficken erst gar nicht probieren, das ist ja auch klar, ne. Ja, ich suche einfach eine Frau, offenherzig, die das Besondere sucht. Also hier in die Kindergeburtstag, aber weißte, ich bin hier stark wie ein Bär, schlau wie ein Fuchs und ich knutsch dich wie eine Sau, ne. Aber, naja, wenn du Bock hast, dich mit mir, ne, mit einer richtig krassen Metal-Musik und so zu vergnügen, dass bei uns um die letzte Frikadelle kloppen, dann, Baby, bin ich voll dein Mann, ey. Und Frisöse sollte sie sein. Dein Justin.